Der traditionsreiche Familienbetrieb Schiedrum GmbH Dach- und Fassadenbau steht seit über 60 Jahren für Qualitätsarbeit im Dachdeckerhandwerk. Im Unternehmen aus Eschwege arbeiten Dachdecker, Zimmerer, Klempner und Maurer zusammen, um Ihnen einen Rundum-Service aus einer Hand zu ermöglichen. Der Meister- und Ausbildungsbetrieb Schiedrum bietet Ihnen ausführliche Beratung, präzise Planung, termingerechte Ausführung sowie jahrelange Erfahrung und technisches Know-how in allen Bereichen des Dach- und Fassadenbaus. Gerne überzeugen wir auch Sie von unserem Können. Rufen Sie uns an. Ihre Schiedrum GmbH